Hier gibt es wunderschöne Wanderwege, Hundewiesen, einen Tierpark, Wire für Enten und sonstige Wasservögel. Kumpel. Sie sehen links den Tierpark, hier gibt es Kinderspielplätze, alles Mögliche, mitten in Köln, im Wald. Sie sehen, dass Sie hier in Köln sind. Hier gibt es eine kleine Hütte, vier Pavillons, Sie merken, ich mache Ihnen den Strachpark so richtig schmachthaft.